Ich begrüße euch recht herzlich zu dem lange erwarteten Show Me Your Gear Challenge Video. Ich habe das immer so ein bisschen von mir hergeschoben, auch des Mega Marsch wegen und anderer Videoprojekte und privater Dinge selbstverständlich. Aber ich habe heute die Zeit gefunden und werde euch heute mein günstigstes, mein teuerstes, mein ältestes und mein neuestes Ausrüstungsgegenstand vorstellen. Und zudem noch das, was ich eigentlich immer dabei habe und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang. Wir fangen direkt an mit dem teuersten und das ist tatsächlich die Kamera selbst, die DJI Osmo Action. Ich habe erst überlegt, ob das Kanu teurer war, aber das Kanu hat 199 Euro gekostet. So ohne diese Paddel, wenn man die Paddel noch dazu rechnet und die Schwimmweste etc. Dann bin ich auf jeden Fall teurer als die Kamera, aber für die Kamera habe ich 229 Euro, meine ich, bezahlt. Von dem her ist sie definitiv teurer. Ja, warum habe ich mich dazu entschieden? Es gibt ja verschiedene Action Camps von GoPro, von DJI, von Rollei und wie sie alle heißen. Ganz ehrlich, ich habe die DJI Osmo Action genommen, weil da sehr viel Videomaterial gefilmt wird, was ich selber konsumiere, vom Sebastian beispielsweise oder der Jörg unterwegs, vom Kanal Jörg unterwegs. Der filmt mir auch mit der Osmo Action und ganz ehrlich, Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja eigentlich unschlagbar für das, was sie möglich macht. Ich habe mir auch verschiedene Videos angeschaut, Testberichte, Videostabilisierung etc. pp. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, aber ja, das ist mein teuerster Ausrüstungsgegenstand, den ich tatsächlich auch bei jeder Wanderung nutze, außer es ist jetzt wirklich am Regnen wie Hulle. Da nehme ich es natürlich trotzdem mit, aber ich nutze dann das externe Mikrofon nicht, sondern filme dann mit dem internen Mikrofon. Und ja, der Ton ist dann auch absolut akzeptabel aus meiner Sicht. Ich habe da noch so ein Gummiband drum gemacht mit so einem Vlies, um da eventuell noch so ein bisschen die Windgeräusche zu reduzieren. Und ja, das soll es eigentlich zum teuersten Ausrüstungsgegenstand gewesen sein. Und dann switchen wir direkt in den Kontrast zum günstigsten. Und der liegt hier neben mir, und zwar diese Sitzmatte von Decathlon von 4Class. Ich glaube, die hat 4,99 Euro gekostet. Die habe ich tatsächlich nicht zum Sitzen gekauft, sondern für den Jake Wolfskin Rücksack als Rückenteil, weil mir ja da dieses Haltesystem kaputt gegangen ist. Das hat sehr gut funktioniert, das hat in der Länge komplett reingepasst. Das hat sich natürlich so ein bisschen angepasst, weil es flexibel ist. Und ja, also ich hätte mich jetzt hier auch irgendwo auf die Wiese setzen können. Aber ich habe die Bank gefunden. Und ganz ehrlich, das ist absolut schön, hier den Blick raus auf den Botanischen Garten zu haben. Und ja, also die wird definitiv das ein oder andere Mal auch mit auf so eine kleine Tour kommen. Wenn ich mal mir was kochen möchte im Wald oder wie auch immer. Und ich finde jetzt keinen Baumstamm, der abgesägt ist, dann nutze ich das definitiv. Als Sitzunterlage kann man ja so machen. Oder man könnte es nochmal ein bisschen ausklappen. Dann ist es ein bisschen komfortabler. Und ja, also weg vom Boden bedeutet auch immer gleich ein bisschen mehr Wärme. Und diese Noppen, die da dran sind, diese Zwischenräume füllen sich selbstverständlich mit Luft, die sich aufwärmt und dann diesen wärmenden Effekt erzeugt. Und ja, also viel mehr kann ich eigentlich zu diesem wundervollen Teil nicht sagen. Außer, das hat bis jetzt für das, was es genutzt wurde, hervorragend die Dienste geleistet. Und ja, Decathlon generell, muss ich ja sagen, bin ich ein Fan von. Da gehe ich äußerst gerne rein und stöbe einfach, ohne wirklich was zu kaufen. Ähm, manchmal kommt mir was über den Weg und dann sage ich, ach cool, das könntest du gebrauchen. Oder eben auch nicht. Manchmal ist es wirklich so, äh, dass, äh, haben besser als brauchen ist. Also, ja, ich nehme tendenziell auch eher zu viel mit auf irgendwelche Wanderungen als zu wenig. Aber ihr werdet wahrscheinlich das Problem selber haben oder eben auch nicht. Ähm, ich versuche aber in Zukunft möglichst wenig mitzunehmen und, äh, dadurch natürlich auch Gewicht zu reduzieren. So, jetzt überlege ich, wie machen wir weiter. Wir machen weiter mit dem ältesten Gegenstand. Und das wunderschöne älteste Gegenstand, der älteste Gegenstand befindet sich in dieser orangenen Box. Mach sie mal auf. Da ist so ein kleiner Kocher drin, den man oben auf, äh, eine Gaskartusche setzen kann. Mit Schraubgewinde, mit, äh, Piezoanzünder. Funktioniert hervorragend. Den kann man hier nochmal auseinanderklappen. Und das nochmal hochklappen hier. Und dann kommt hier das Kochgefäß drauf. Und ich habe gleichzeitig diese Kohlman, Kohlman, wie auch immer, Performance Gaskartusche mitgebracht. Weil ich das beides tatsächlich zusammengekauft habe. Das wird dann hier oben drauf geschraubt. Und da kann man schön, äh, damit kochen. Da habe ich 2016, als ich da in Eifel war, mitgekocht das erste Mal. Da gibt es auch ein Video zu. Da werde ich ja in Zukunft auch ein Reaction Video zu drehen. Dann werdet ihr diese Kombination auf jeden Fall auch mal kennenlernen. Und, äh, ja, also das Einzige, was bei dem, bei der Gaskartusche der Fall war, ist, wenn es wirklich kalt ist, dann, äh, ja, dann kommt die nicht so richtig auf Temperaturen. Ähm, ich denke mal, das wird mit dem Gemisch zusammenhängen, äh, wie das verarbeitet ist. Ich habe noch eine andere von Primus. Also ich kann euch sagen, die knüppelt da durch, äh, also als gäbe es keinen Morgen. Die habe ich auch bei dem Overnighter dabei gehabt. Und, äh, da war es auch tatsächlich so, dass es innerhalb kürzester Zeit fast angebrannt war. Was ich auch schön finde, ist diese Box hier. Klar, muss man nicht da rein machen. Aber es ist äußerst kompakt und klein, verstaut. Das kommt bei mir beispielsweise in das Kochgeschirr rein. Und dann ist er direkt weg. Also, ja, nichts Spektakuläres. Aber es ist funktional, es funktioniert. Und darum geht es halt auch, ne? Und jetzt kommen wir zum neuesten Ausrüstungsgegenstand, den ihr noch in keinem Video gesehen habt. Aber, was ich mir sehr gut vorstellen kann, in Kombination mit dieser Sitzmatte zu verwenden, um mir wie angekündigt etwas zu kochen. Ich habe mir einen kleinen Espitkocher bestellt oder gekauft. Diesen Trockengrennstoff, wie von der Bundeswehr. Ich war ja bei der Bundeswehr. Ich durfte leider diesen wundervollen Kocher nicht kennenlernen bei der Bundeswehr. Weil da immer die Verpflegung im Feld war, aus so einer Gulaschkanone und sowas alles. Ja, also finde ich äußerst praktisch. Kann man hin und wieder mal eine Tasse Tee oder sowas kochen. Wobei Tee ist eher nicht der Fall. Eher eine Tasse Kaffee. Oder, ja, mal so eine Inzentsuppe oder irgendwie sowas aufwärmen. Werde ich auf jeden Fall in einem der nächsten Videos mal zeigen und ausführlich vorstellen. Ihr werdet es sicherlich kennen. Das ist auch kein Hexenwerk. Aber, ja, ich finde, das ist so rau. Das ist urig mit dieser Sitzmatte. Also das gefällt mir äußerst gut. Und dann noch das Kochgefäß dabei. Vielleicht kochen wir uns auch eine Kleinigkeit irgendwie. Ein schönes Frühstück, ein Porridge oder irgendwie sowas in der Art. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, aber lasst euch überraschen. Da ist in meinem Kopf einiges noch drin, was da kommen wird. Ich habe so viele Videoideen, die kann ich alle gar nicht produzieren. Schon, aber ich brauche halt die entsprechende Zeit dafür. Aber ich muss auch sagen, es macht außergewöhnlich viel Spaß, mit euch zu kommunizieren, uns auszutauschen. Also schönen Dank nochmal an dieser Stelle an jeden Einzelnen von euch. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ihr macht den Kanal zu dem, was er heute ist und die Zukunft sein wird. Wo die Reise in Zukunft hingehen wird, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall freue ich mich, für euch Videos zu machen, euch zu inspirieren, euch zu motivieren, auch was zu machen. Oder einfach, ja, diese Videos als Entspannung zu schauen. Ich gucke auch äußerst gerne Ausrüstungsvideos von anderen YouTubern, um mich zu entspannen und auch mich inspirieren zu lassen. Also, ja, ich finde es einfach toll. Deswegen passt diese Show Me Your Gear Challenge absolut perfekt. Da gibt es noch eine andere Challenge, diese Ferngesteuer-Challenge, wo man von anderen Leuten dann eine Route geplant bekommt, die man dann abläuft und filmisch darstellt. Da bin ich noch nicht nominiert worden. Wer weiß, vielleicht kommt da ja noch was. Dann kommen wir jetzt zu dem Ausrüstungsgegenstand, den ich eigentlich immer dabei habe, den ich am meisten nutze. Ihr werdet ihn in unzähligen Videos schon gesehen haben. Den Rucksack, 20 Liter von Decathlon, ich glaube, so eine konkrete Bezeichnung hat der nicht. Hat hier oben ein Fach mit Reißverschluss. Ist jetzt nichts Spektakuläres. Hier eine Seite, nochmal eine Tasche. Da sind noch zwei weitere Ausrüstungsgegenstände drin, die ich euch gleich noch zeige. Kompressionsriemen haben wir hier. Ja, also alles in allem. Ich glaube, der hat 20 Euro gekostet. Der war bei zwei Mega-Märschen dabei. Der war bei unzähligen Wanderungen dabei. Ich hatte den selben Jahr nochmal in blau, bevor ich den hier getauscht hatte bei Decathlon, weil hier oben die Naht aufgegangen ist von einem dieser Träger. Aber der hält sehr gut. Also kann ich wirklich nichts anderes sagen. Wir haben den Seiten nochmal entsprechend Taschen für Getränke etc. Und hier unten, das finde ich im Übrigen auch äußerst praktisch hin und wieder, dass man den am Boden hier auch aufmachen kann. Das finde ich richtig toll. Wenn man mal an Sachen ran muss, die unten gelagert sind, kommt man da auch sehr schnell ran. Und was ich auch immer dabei habe, ist eine Taschenlampe von LED-Lenser, die P3R. Die ist klein, die ist wasserabweisend. Ursprünglich war die gedacht als Videoleuchte. Da habe ich aber mittlerweile auch eine andere gefunden. Die gibt es in zwei Helligkeitsstufen. Ich weiß jetzt gerade die Lumenzahl tatsächlich nicht. Was ich aber auch äußerst schön finde, ist, dass innen drin keine normale Batterie ist, sondern ein Akku. Ich weiß gar nicht, ob man die mit einer AAA-Batterie auch betreiben kann. Ich glaube nicht. Ich glaube eine AAA-Batterie ist ein bisschen größer. Aber ja, ich bin äußerst zufrieden damit. Die habe ich immer dabei. Die hat mir auch hin und wieder schon gute Dienste geleistet am Loon Summer, wenn ihr euch erinnert. Und was ich tatsächlich auch immer dabei habe, ist so ein kleines Taschenmesser. Das hier in dem Fall ist von Simba Tech. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie einen Namen hat. Slide Lock 1. Ja, habe ich mir die Initialen gravieren lassen. Und hier noch so ein Paracord-Band dran gemacht. Finde ich äußerst praktisch. Habe ich immer dabei. Ein Messer kann man in allen möglichen Lebenslagen verwenden. Und ja, also das soll es im Prinzip eigentlich auch gewesen sein mit diesem kleinen, kurzen, feinen Video. Ähm, ja, also falls ihr eine Idee habt, was ich hier eventuell nicht erwähnt habe, wo ihr sagt, ey, das hast du verwendet. Äh, das könnte vielleicht, äh, noch günstiger sein oder wie auch immer. Schreibt das gerne in die Kommentare. An dieser Stelle nominiere ich drei YouTuber. Und zwar einmal den NRW Paddler. Dann einmal den Jörg unterwegs. Und den Black Forest Buddy, den Achim. Alle drei Videokanäle verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Jetzt wird der Traktor hier oder was? Und, äh, ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei denen auch den Kanälen mal vorbeischaut. Und äußerst angenehme Wanderpartner, Wanderkanäle. Und, äh, ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Außer, vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Oder ein Abonnement selbstverständlich auch. Und mit diesen Worten bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao. 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 Vielen Dank.